und somit herzlich willkommen und willkommen zurück zu bandy and the dark revival dem fünften kapitel und somit auch dem letzten kapitel wenn ich das richtig gesehen soll allerdings noch eine weile gehen mal gucken wir gucken einfach mal geht es denn hier weiter das gar nicht verstehen geblieben jetzt waren schon ein paar tage dazwischen ich weiß aber mehr tage ok und hier wir kommen runter aber da ging es nicht weiter genau das habe ich schon mal probiert alltrack 77 ist a quiet place these days okay okay ah wilson mein lieber hoch spiel hängt spiel hängt hallo guten morgen ok ok euch allen ruhend seinen schönen ostermontag ich wollte doch zur kiste was kann ich ich bin immer noch bewaffnet ach ich muss die ablegen ok oh was liegt das sind das sonne thompson hier oder was eine schöne arg nee ich will da erstmal nicht rein und mal in ruhe geht gar nichts mehr ich muss ohne meine pipe ok bedeutet wo hier gibt es auch keine ich bin wie hier ne jaa danke jaa danke Du magst meine Signal-Towers? Sie verabschieden die Ink-Dämonen, damit er sie nicht kann. Ich wünsche mir, dass ich sie verwendet habe. Aber es scheint, dass unsere Freunde bei der Gent-Korporation hatten ein Dämon-Problem von ihrem eigenen, lange vorhin. Äh, ja, hm? Hallo? Cool! Okay, Wilson ist eigentlich voll der Liebe, ne? Äh? Es gibt einige frische Blankets für dich. Du wirst in kein Zeitraum träumen. Warte, Wilson? Eine weitere Sache. Wenn du meine Hilfe brauchst, warum hast du nicht nur gefragt? Würdest du mir glauben? Komm her, und keine mehr Dordling. Das hier jetzt. Okay. Wilsons Labor ist unten. Kann ich hier? Sit. Okay. Ich würde auch gerne wieder aufstehen. Wie geht denn das? Ah, mit E, alles klar. Ich denke mal, hier wird überall nichts gehen, ne? Die Bibliothek. Die Bibliothek. Die Bibliothek. Wie ist sie beängstigend? Everyone here either can't speak or they're completely mad. All right, here we are. Best room in the house. You should see where I sleep. But this room, just perfect. I saw to every detail. Bed is clean, the bathroom is on the left. Sorry about the stains. I did try my best to get them out. Okay. Did you have any questions? Is it always night here? It's always dark, if that's what you mean. For as long as I can remember. Are you very old? No. As far as I understand it, I'm something quite new. Although, I didn't turn out the way I was supposed to. One in a long line of failed experiments. But, Wilson will keep trying. And, do you trust Wilson? This is the realm of the ink demon. The shadow hangs over us all. I don't trust anyone. But, Wilson takes care of me, keeps me safe. He once said I remind him of something he called his mother. Tell me, is that a good thing, where you two are from? I'm not sure. I don't think I ever had one. Well, no matter. Now, I was told to make sure you get some sleep once you got here. So, get nice and comfy and relax. I left something on the table that might just help you not off. It's my own recipe. Works very fast. Just follow the instructions. Carefully. Thanks, Betty. Of course. If you need anything else, I'll come straight away. I'm always up. Okay. Wir sollen den instructions folgen, die sie uns hinterlassen hat. Wie geil, er wäre doch mal wieder eine Waffe, oder? Okay, wer lesen möchte, bitte pausieren. Alter, okay. Hey, der Gilson. Inch of Salt. Cocoa Powder. Bitte, Chamomile. Was ist das? Soybeans. Gilson. Gilson müssen wir noch finden. Mix everything in a glass and then drink with exactly three sips of water. Okay. Sips sind wahrscheinlich, äh, ja, drei, irgendwas mit drei Einheiten Wasser. Okay. Wir müssen Gilson finden. Gilson. 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 Was auch immer ein Gilson ist. Hallo? Nein. Da wollen wir definitiv nicht sitzen. Ach komm, was soll der Geist? Erstmal ein Abseilen hier. Ah ja. Oh nein, ich habe die Tür aufgelassen. Das kann ich nicht. Oh, er hat nicht abgewischt. Na gut. Sie hat nicht abgewischt. Das ist umso schlimmer. Da haben wir auch kein Gilzen. Ich denke mal, wir müssen hier wieder raus. Hey. Hier war Ende. Ach Mist. Nothing here. I have an hunger. A distant memory. I can remake the world anew. This doesn't help at all. But does the world deserve... Gilzenfisch. So, I'm looking for... A fish? There's gotta be one here somewhere. And a man in a black coat came asking at the front desk about the machine. Said he was from the Gent Corporation. Fortunately, the receptionist knew nothing. And he left quietly. Laser, I found his name on the sign in form. Mr. Alan Gray. Okay, wir suchen nach einem Fisch. Der bestimmt da drinne sein wird. Aber den Stuhl kann sie ja wohl wegnehmen, ne? Na gut. Ein Fisch. Bestimmt so ein Fisch, der an der Wand hängt. Kennt ihr den noch? Wenn man dem zu nahe kommt, dann fängt er an zu singen. We need a fish. Hier ist ein Fisch. Now that's a fish. Ah, he's too fast. Hm, den wirst du so nicht kriegen. Wir brauchen einen Kescher. Wir brauchen einen Kescher. Irgendwas ähnliches. Oder? Reicht das schon? Das reicht noch nicht. Okay. Okay. Ja, moin. Kommt sie denn her? Wo ist die denn eigentlich hin? Das Bocky beamt ihr ab, oder was war das hier? Nun gut. Hm, Tintenwasser. Lecker. Zwei. Und drei. 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 Oh. Okay, wer ist das? Angel, irgendwas stand da, oder? Drei. Oh. Oh, way getlust. Ich habe fast Angst, dass du meine Party verletzt hast. Was? Was ist passiert? Oh, es scheint, dass du einfach ein bisschen überrascht hast. Es ist alles gut, honey. Ich verstehe. Es ist nicht so, dass jeder sich in die Gläufe zu besuchen. Ich bin ein Engel! Ein Engel? Alice, Engel. Das ist das, dass ich bin. Ascend von über. Impendlich. Was willst du? Ah, das ist die Chance. Ich mag das. Die Wahrheit ist, honey, du bist ein Kind. Und zu sagen es blunt, was ich will, ist dein Gesicht entfernt, dein Gesicht entfernt, wie ein Papier, und dein Inseid ist weg, und auf meine Tafel. Künstler. 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 Du hast, aus meiner Zeit. Sie ist teil, künstler. Aber für zu zumchein wird, perduchточ. 必須 Zeit für ein Zρωberen nach späteren. Let's all play a game of riddles. Riddles? What a wonderful idea. No. Alright, honey. Here's the deal. Behind you is the door to freedom. But it will only be opened if you solve my little puzzle and return to your special chair. Then I'll throw this heaven switch here. If you get the puzzle right, you walk away. Get it wrong. You fry. Let's begin. Okay. So ganz habe ich das Spiel hier nicht verstanden, aber wir kriegen das ja in Talk Talk. Wir können mit allen reden, okay. Ey, wieso ist das auf Deutsch jetzt? Der Fuchs hat den Bären immer gehasst. Sie würden niemals nebeneinander sitzen. Der Fuchs hat nichts zu tun, aber ich höre, dass er gefährlich ist, wenn man sich neben dem Fuchs befindet. Der Fuchs denkt, dass der Fuchs riecht aus Wilderberry. Ich konnte sie nicht sehen, dass sie zusammen sitzen. Der Fuchs nie sitzt mit dem Fuchs, aber er liebt die lustige Familie der Fuchs. Das Kaninchen ist neben dem Fuchs. Aber er liebt die spielerische Gesellschaft des Bären. Kaninchen, okay. Das Kaninchen sitzt neben dem Bären. Der Fuchs ist der Fuchs? Er würde nicht tot sitzen auf der Seite. Er ist viel zu pedestal. Okay. Alter. Ja, okay. Nice. Aber was mache ich mit der Information? Da hinten geht es hoch. Okay. Ich muss da irgendwas zuordnen, denke ich mal. Bärkaninchen. Das Kaninchen mag die Gesellschaft des Bären. Jetzt müssen wir die beiden letzten nur noch rausfinden. Okay. Die linken Seite tot sein. Okay. Das Kaninchen auf jeden Fall nicht neben dem Vogel. Also neben dem Kaninchen darf nicht der Vogel kommen. Der Fuchs glaubt, dass das Kaninchen nach Alderberry riecht. Okay. Der Vogel und der Fuchs nicht neben dem Kaninchen. Der Vogel hat nichts zu tun, aber ich höre, dass er gefährlich ist, wenn ich neben dem Vogel sitze. Okay. Vogel und Fuchs nebeneinander. Er mag die Gefahr. Gucken. Ich muss mich wieder hinsetzen jetzt erstmal, oder? Ach du Scheiße. Und dann sieht man das Ergebnis, ja. Okay. Oh nein. Hold on tight, honey. Here it comes. Three, two, one. Scheiße. You scream like a demon. Pathetic. Try again. Hmm. Am besten, ich höre mir das nochmal an. Warte mal. Ah, okay. Der Fuchs und Kaninchen dürfen auch nicht nebeneinander, aber sind sie oben auch nicht, ne? Okay. Der Vogel nicht neben dem Kaninchen, aber er mag die Gefahren neben dem Fuchs. Also, der Vogel kann neben dem Fuchs sitzen. Fuchs und Bär, warte mal. Fuchs und Bär niemals nebeneinander. Das heißt doch, der Hase, der kann auf jeden Fall nach ganz links. Bär. Der Vogel mag die Gefahr neben dem Fuchs. Aber so rum. Ich ändere das jetzt mal. Ich mache jetzt mal den Vogel und am Ende den. Ach, das ist der Fuchs, weil der Fuchs neben dem Bär passt nicht, ne? Probieren wir das mal. Der Fuchs neben dem Bär ging nicht. Bestimmt wieder falsch, ey. Oh. Es war richtig. Oh, die Armen, ey. Alle sind tot. Jetzt haben die alleine abgekriegt. Alter, wie gemein ist das denn? Und sie ist natürlich weg, ne? Okay. Ich dachte... Kann durchsuchen. Oh Mann. Ich bin kein Party-Pooper. Full-charged. Gent-Pipe-Required. Okay. Das heißt, wir brauchen unsere... Wir brauchen unsere Pipe wieder. Unser Rohr. Ja, hier. Geht für aus. Siehst du? Ah. Oh, wieso liegt denn das geile Gewehr nicht da? Schade. Schokolade. Oh, Alter. Alter. Oh nein, ich kann mich nicht porten. Oh nein. Oh, ich bin fast tot. Habe ich mich erschrocken? Wo sind sie? Würde ich auch wieder gerne so von hinten abholen? Oh nein, ey. Oh, die ist richtig stark. Scheiße. Okay, es gab ein bisschen was zu futtern, aber das bringt so gut wie gar nichts. Oh, Mist. Ich muss was zu essen haben. Das war dringend. Habt ihr nix hier? Kann mich auch nicht porten mehr, ne? Ich glaube, hierhin könnte ich noch flüchten. Darf ich hoch? Ja, ich dürfte. Da hinten ist einer. Würde ich natürlich gerne mal von hinten überraschen, ne? Oh, ich hoffe, das klappt so. Ich glaube, ja. Hier haben wir auch was auf dem Kopf. Oh, das geht nicht? Okay. Aber wenn man geduckt ist, dann... Geduckt. Da kommen sie nicht so schnell allein ran, irgendwie. Und irgendwie gehen sie auch schneller down. Musik, Musik, Musik. Nein, okay. Oh, ich brauch Futter. Keinen Bock jetzt am letzten zu sterben hier. Nehmen wir mal was zu essen, bitte, Leute. Rainer muss doch noch da sein, ne? Waren das nicht vier? Okay, dann hab ich mich verguckt. Da haben wir was. Ja, Rainer mit. Lecker, schmecker, frisch vom Bäcker. Ja. So. Dann laden wir mal auf, die Geschichte. Zack. Zack. Hallo? Ach so, die ist schon voll. Okay, fürs nächste Mal. Wenn wir es dann brauchen. Autosave. Was passiert? Können wir direkt wieder füllen. Was wir haben, das haben wir. Okay, das leuchtete vorne... Oh. Ah, das geht jetzt wieder. Okay, das leuchtete vorne aber auch, das Licht hier. Gut, jetzt kommen wir hier hoch. Wow. Okay. Sie hat die Thompson. Sie hat die Thompson. Glück. Da oben steht sie, okay. Was können wir machen? Können wir hier durch? Oh. Aktuell nach links. Okay, da müssen wir auf jeden Fall rein. Da können wir uns verstecken. Nein, hast du nicht. Oh, das geht schnell. Okay, okay. Komm ich denn hier hoch, ohne dass sie mich sieht? Ich glaube ja, ne? Das geht auch nicht. Lagt's. Aber da sieht sie mich, oder? Mist. Schnapp. Lock to activate. Okay, sie dreht durch. Alter. Sie hat auf jeden Fall nachgeladen. Geht immer noch nichts. Was ist aufgegangen? Da geht's hoch, da geht's hoch. Oh, no, so geht's nicht. Okay, kommen wir nicht hoch. Hm. Cheap songs. Hier kommen wir jetzt durch. Okay, ihr könnt mir wieder aufladen für die Tür oben wahrscheinlich, ne? Das haben wir vorhin schon gemacht. Glauben wir noch anders. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie nach oben kommen, schätze ich mal. Hier geht's sonst nichts. Stop hiding, start dying. Stop hiding, start dying. Ah, Mist. Aber wenn ich nach oben komme... Dahinter waren wir. Ist das noch irgendwo eine Treppe oder was? Ne, ne? Leider. Nichts. Nichts. Wir müssen nach oben. Warte mal. Das haben wir auch noch nicht, stimmt. Aber hier ist nur Automat, ne? Das glaube ich dir sogar. Geh mal hoch. Vielleicht kommen wir von hier irgendwie weiter. Ne, wir können ja nichts mehr machen. Start dying. Das geht nicht. Das geht auch nicht, okay. Das wäre auch zu schön gewesen, nicht? Hör mal. Wir müssen hier hinten hoch. Direkt hier vorne. Da. Da haben wir wieder so einen. Der ist noch höher. Woher gehst du? Das muss doch klappen, warte mal. Nee. Über die hier, ne? Über die Kartons. Aber sieht sie mich da nicht? Über die Kartons, ja. Von, sei voll. Noch einer. Okay, das ist für diese Tür wahrscheinlich. Kommt irgendwas raus? Erst mal gucken. Woher gehst du? Woher gehst du? Woher gehst du? Okay. Wollten wir mal gucken, ob du noch da bist, wa? Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt da drüben hoch. Aber wir kriegen trotzdem dieses blöde Schloss da drüben nicht auf. Das wundert mich ein bisschen. Wollen wir mal gucken, wie wir da jetzt... Habe ich eben von hier ne Möglichkeit, Stück für Stück weiter zu kommen? Nee. Auch nicht. Wie soll man nachladen? Komm, wir müssen nachladen. Eigentlich wird's passen, ne? Aber... Naja, okay. Wisse, wisse, wisse. Komm hier nicht durch von der Seite. Muss da irgendwie rüber? Jetzt hier nochmal irgendwas Neues, oder was? Nee, ne? Das ist das, was ich mir vorstellen könnte. Dass ich da eben drauf spielen muss. Und dann schnell hier rüber. Ich glaube, das funktioniert auch. Und ich schneller bin. Probieren wir nochmal. Muss vielleicht abwarten, bis ihr nachlebt. Mist. Das ist echt schwer, ne? Wenn's denn das ist. Aber es ist sehr naheliegend, ne? Weil sie hat ja immer diese Nachlademomente. Ach, doppelgesprungen. Oh, warte mal. Oh, bin ich blöd? Die hab ich gar nicht gesehen auf der Seite hier. Nicht wahr, oder? Hat sie mich jetzt erwischt? Sie hat mich jetzt erwischt mit der letzten Patrone. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay, komm. Protosave haben wir gehabt, ne? Das machen wir jetzt erstmal auf. Einfach, weil wir's können. Come out, come out wherever you are. Come out, come out wherever you are. Ich dachte, ich kann hier einfach schnell einen reinsimmeln. Guck mal, so ein kleiner Fehler. Der macht mir gar keinen Schaden. Geh mal lieber. Wenn ich noch die Chance hab. Okay, sie ist wirklich ein bisschen blöde. Ich denke, ich muss sie banischen, wie es da vorhin stand von hinten, ne? Ich bin schützt! Start zu sterben! Wie leid, du mich zuhörst! Nein! Nice. Wer ist das? ? Nein! Es ist unsere Gesicht. Es ist mir. Es ist mir. Warum ist das so manche? Es ist Kuhviehmann, wisst ihr das nicht? Oh, was ihr habt in mind? Wie geht es... Allison? Das ist nicht schlecht. Okay, ich versuche es. Aber nur wenn du mir sagst. Was in heaven's name machst du in Wilson's Retreat? Wilson, ich habe fast vergessen. Ich muss zurückkommen. Bist du verrückt? Wilson ist unser Enem. Du kennst ihn sogar noch? Ich habe gesehen, was er gemacht hat. Das ist gut genug für mich. Es klingt, dass er ein Plan hat, um den Ink-Dämon zu töten. Für gut. Und ich denke, er kann uns alle helfen. Ich habe einfach... Ich muss ihn zurück und hören. Wenn es richtig ist, dann brauchen wir beide so viel Hilfe, wie du es kannst. Der Ink-Dämon wird nicht ohne einen Kampf runtergehen. Tom und ich werden einige unserer Freunde sammeln. Jemand, der verlassen hat. Glückwunsch, Audrey. Du auch, Allison. Möchtest du, wenn ich das nehme? Wer ist denn jetzt der Böse der Ink-Dämon? Ist es doch Wilson? Oder sind es einfach die beiden, die mich auf eine falsche Spur locken wollen? Was ich mir aber irgendwie nicht vorstellen kann. Sie guckt aber auch so ein bisschen komisch. Streiche. Ja, okay. Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Eine kriegst du noch. So. Auf geht's. Ne, warte mal. Wolltest du, oder? Gibt es hier auch bestimmt was zu Futter? Kommt bestimmt noch was. Hide, hide, hide. Okay. Golan. Oh mein, hey, promise of peace. Was man bring us... Heir! Seragen he processesípelt. Ah, da hinten. Ein paar Coins. Aber die können wir nicht. Nee, können wir nicht. Können wir auch nichts machen. Ah, das ist das Pieken, okay, alles klar. Jetzt, ich muss da hinten hin. Da müssen wir erstmal auch wieder auf ihn warten. Er ist ja nicht der schnellste. Ah, ich hätte auch da hinten in die Ecke gekonnt. Er hat aber auch irgendwas. Ich glaube, er geht an uns vorbei hier und dann links vorbei. Okay, okay, okay. Okay, wo müssen wir die nutzen? Ich habe es übersehen wahrscheinlich. Nein, hallo. Guck mal. Guck dir das mal. Ah, hier direkt. Hier ist ein Schalter. Zumindest ein Schalter. Aber nicht für die aufgeladene Gent-Pipe. So, hängt er da fest oder was? Irgendwie, ja. Alter. Nein. Oh, Mann. Ja, irgendwie bewegt er sich. Dann bewegt er sich wieder nicht. Ich muss ja jetzt mal raus, ne? Äh... Wo sind wir? Okay. Doch, Mann. Ich bin so blöde. So, wir können hier auch... Das ist gut zu wissen. Token, da haben wir einen Token. So, scheiß drauf. Naja, nützt nix. Wir müssen warten, bis er wieder zurückkommt hier, ne? Hm. hat es an seinem licht gesehen es ging mal nach links nach rechts links nach rechts aber blieb trotzdem auf der einstelle so und jetzt müssen wir schnell sein gleich aber den anderen raum ging es auch nicht weiter war es schon auf das ist gut die filme trotzdem erst mal wieder auf auch wenn ich okay alles klappt wir haben keine zeit hallo noch mal schneller seit lupen bewegungen sind nicht angebracht jetzt da unten ist er nämlich schon wieder ok nicht gut da hinten muss ich hin wenn ich mich hier verstecken kann ich nicht ich glaube irgendwie wilson ist es wilson hat einen weg wir kommen schnell und dann bekommen wir ein bisschen schneller machen jetzt da hinten rein da hinten geht es rein ich glaube er geht jetzt nach links hier wir können uns nicht porten oder es liegt daran dass ich gedruckt bin ich weiß es nicht aber der aufziehschlüssel für die uhr ok ich hoffe das war der ne ja ist nix ich ist nix noch zum glück ja ich Eins muss man nicht lassen. Die Charaktere, die, 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 die K.I. sind wirklich däblich. Soviel steht fest. Wer kommt? Ich muss dann links über die Brücke da hinten. Aber wenn er jetzt diesen Weg auch wieder abläuft, dann, ja gut, ich kann nur die ganze Zeit hinter ihm herschleichen, ne? Und dann links raus. Nützt nix. Oder ich warte, bis er wieder zurückkommt und bleib so lange hier drin, ne? Auch eine Möglichkeit. Wenn er dann wieder hier ist, kann ich in Ruhe wegflitzen. Aber ne, wenn ich ihn jetzt, wenn ich mich jetzt bemerkbar mache, dann darf ich mich hier wieder nicht verstecken. Oh, er geht gar nicht bis hinten durch. Oh, scheiße. Oh. Er geht gar nicht bis hinten durch. Okay, alles klar. Der geht nur diesen halben Weg. Ich dachte tatsächlich, dass er durchlatscht. Dann werde ich auf ihn warten, bis er zurückkommt. Und dann wird er wieder zurückkommt. Und dem hier, dann können wir einfach ganz normal durchschleichen erstmal und dann auch laufen. So. Dann heißt es warten. Und sonst war euch. Kritzelt mir was Schönes in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da. So, ich glaube, da kommt er. Ja, da ist er schon. Oh, was? Was? Wieso? Oh nein, warte mal. Wieso kann ich mich jetzt eigentlich schon wieder nicht mehr porten? Weil die in der Nähe sind? Oder woran liegt das? Ist ja blöde Bretter auch noch runtergefallen, ey. Okay. Das ist auch einer, oder? Da bin ich sicher. Da bin ich sicher. Was war das? Tür ist aufgegangen. Okay. Security Luck. Irgendwas zu futtern hier, oder so? No. Guck mal, da brauchen wir die vollgeladene wieder. Haben wir. Das ist gut. B deutet. Und rein da. Auf dich. Komm schon, komm schon, komm schon. Jupp. Hä? Alter. Nein. Nein. Hau ab. die können doch fliegen die fiecher was ist denn da los wo sind wir okay habe ich den schritt jetzt schon jahre okay ist jetzt nur durcheinander aber kommt nicht hoch das ist gut das ist gut das ist gut hat er gesagt das ist gut stop slippery when wet was ist da los hier mit den tesla spulen weapons are not allowed beyond this point this place all weapons contain it on a holding desk to the right okay vielleicht komme ich da wirklich nur durch wenn ich die waffe ablege hier zu meiner rechten war nicht klug aber ich wollte ihn irgendwie ablenken muss mich doch hier irgendwo verstecken können wie soll ich denn jetzt da runterkommen wenn die wenn sie sich gar nicht mehr bewegen die sitzen da fest sozusagen das war ein paar nüsse hallo hallo leute kommt mal zu mir das ist ja nicht ihr los ich muss die da hinten schon irgendwie weglocken ich vergesse das immer wieder das ist doch gar nicht so mensch schede da komme ich auch so ja da sollte ich die uhr wahrscheinlich wieder hinstellen könnte ich auch denn auf ziehschlüssel habe ich aber dann scheint mir noch irgendwas zu fehlen ok wenn ich die dahin stelle wenn ich die wahrscheinlich abgelenkt und gehen dahin was haben wir denn hier ok konnte ich die noch mal aufladen ist weiter oben was kann ich knicken hier komme ich nicht weiter ich brauche die voll aufgeladen vielleicht gab es das hier hinten auch noch ich habe seine eile nicht gesehen mal gucken aber hier ist ja auch noch einer oder ok ich komme hier eh noch ein stück weiter sehe ich gerade habe ich nicht mal auf dem zettel wie weit kommst du mal wieder bis dahin ok mehr gibt's nicht er kommt zurück ja mal nur die möglichkeit ihm hinterher zu laufen jetzt so weit nach links geht er jetzt nicht nö ja ich probiere es nein 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 da gibt mir alles da ist das so ein ding alter sind die schnell ok eigene dummheit tut halt weh ehe 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 e schnell 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 ja und nehmen nicht lange überlegen mich verstecken ist es so hier ich gucke nicht gucken und darum soweit ist er wohl nicht gelatscht glaube ich in der zeit her doch tatsächlich er geht einmal rum okay okay hier ist jetzt auch nichts mehr also ohne wieder raus es war langsam es war spulen aus die sich jetzt die bleiben immer noch stehen okay zumindest sind sie aus es geht wieder okay alles klar nein ich hab die gar nicht gehört holy macaroni sie sind aus so viel steht fest ihr lümmel jetzt kommt doch mal da weg auch jetzt gibt es keinen fall schaden oder was okay es waren stücken höher ich denke ich kann mich jetzt wieder porten wegen den tesla spulen die haben das ganze gestört da hinten war nichts mehr da war gar nichts mehr warte mal warte mal dahinten ist doch mein ziel nein er kommt noch nicht jetzt hier nur umgedreht okay so nice das letzte stück von der uhr ok werden wir wahrscheinlich nicht alle benötigen aber was wir haben das haben wir du kommst jetzt mal zurück mein freund er kommt okay er geht erst da hinten lang das ist gut für mich müssen wir nicht warten so dann können wir hier alles einstecken in die music box wo war sie denn also nicht irgendwo hier da war sie okay fix die music box sie hat gesagt jetzt haben wir alle teile um sie zu reparieren die music und find the key find the dancing figure fix the music box okay aber wie machen wir das aber da hier schon mal nicht ja das ist jetzt die frage wie fixen wir die music box ach da hinten ja scheiße nein nein oh man man haben wir hier oben weiter nach rechts ja aber wir müssen runter okay okay hier ne ach sie hat die gar nicht mitgenommen mhm den kennen wir ja schon ein guter ist zubi nein unter darüber ich glaube nicht mehr mit was wieso kriege ich denn schaden also manchmal na gut okay o wie Da geht nichts. Ich würde sagen, das ist voll, sonst gibt es hier nichts mehr. Aber muss man so schnell sein? Okay. Alles klar. Hätte ich das gewusst, hätte ich Kuchen gemacht. Wie sagt man so schön? Ja, muss man nochmal ankurbeln. So sind wir nämlich um einiges schneller. Aber die Tür ist jetzt eh schon auf. Läuft bei mir. Ja, Wilsons rechte Hand oder was? Die steckt doch dann da auch mit drin, die Olde. Mit allem, ja. Wer ist Wilson? Normally, I wouldn't ask this of a guest, but with all that's happening, I can't sneak out and get things like I usually do. Do you think you could pop round to the farmer's market back in town and find me a few ingredients? Nö. We're running quite low in the kitchen. And I was hoping we could all celebrate tonight with a lovely supper. Won't take but a moment if you go by train. Up to you. No pressure. Oh, nö. When you need to travel, take the train. Okay, catch the subway when you need to travel between Wilson's Retreat and downtown. The next train is always on time. Okay, der nächste kommt bald. Wilson? Wilson! Wilson! Ah, hier sind wir. Okay, alles klar. Dann sind wir auch direkt wieder bei den Zügen. Was die richtige Seite ist. Toon Garden, No Flash, bla bla bla. Yo. Not on time. Little heck. Moin. Was so schnell. Yung. Danke. 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 Nice. Brauchen wir beides. Nice. All trains. Watch your step. Da geht es weit runter. Emergency shaft. Der Notfallschacht. Die Notfallschacht. Die Notfallschacht. Meine Sturz, komm ran. Die Notfallschacht. Head to the farmer's market Retrieve beddies and ingredients Bestimmt hier bei diesem Da war doch so ein kleiner Markt hier Wenn ich hier Ach da hinten in der Ecke Ja okay Da hinten ist der Markt Haben sie natürlich wieder einige positioniert Es war ja klar Den schnappen wir uns von hinten Ich glaube der andere sieht uns dann noch nicht Weiß halt nicht genau Dauert aber viel zu lange Okay Okay Und jetzt sind wir voll von Energie Zack Die Chilter Okay die bewegt sich die ganze Zeit noch nicht Sollten wir easy kriegen Okay Gegen einen müssen wir auf jeden Fall kämpfen Wie es aussieht Dann komm mal her So So hier market oder was Tick Okay Dann Würde ich sagen zurück Bring Betty hier Ingredients Mal diese Ingrids Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen Fuck you Irgendwie will ich hier doch mal kurz reingucken Oder Zwei Jahre später Oder sind wir hier vorn Sind wir hier vorn rausgekommen Ja Das war sozusagen Kapitel 4 noch hier Alles klar Wollen wir nicht hin zurück Nope Nein Warte auf mich Ich komme Alter ist sehr schnell weg The man who killed the ink demon Relax Ne 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 Das kann irgendwie nicht passen Das kann irgendwie nicht passen Wilson ist nicht der Gute Ich glaube es irgendwie nicht Er gibt sich eben nur so Oh Was das Ein Hut Der Zauberhut Weil der zukommt Aber den kannst du nachher angucken Pick up in memory Alles klar Wolle wie schnell der fährt Zwei Abteile dürfen wir inspizieren Ja Danke 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 Tschüssi Und Pass auf Hallo Na der ist schnell So dann gehen wir mal Betty Boop ihr Dings hier Ihre Ingredienzien You're a miracle worker Truly I only wish there was something I could do for you Oh Wait I spotted something in the fountain yesterday Don't know what it's for But you're welcome to have it You better go see Wilson downstairs He's been waiting ages Der ist hier aber Da kommen wir doch her Hier irgendwo Sind wir schon vorbeigelaufen An ihm jetzt Kann gar nicht sein Ne 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 Treppen herunter Hat sie gesagt Da sind wir frohen hergekommen Oder Sind wir von hier gekommen Wir sind von hier gekommen Ja Da ist der Der Stuhl Stimmt hier irgendwie rein Und dann irgendwo nochmal die Treppen finden Hier war der Fischi Da ist Fischi Okay Alles klar Panzerglas Fischi Nur ein Glück Geht nichts Wilson knows Your purpose Okay Okay Alter Rot, gelb, grün, blau Witzern 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 ist der Arsch von der ganzen Truppe hier Guck mal Der ist doch voll der Ich hab die Macht und so Hier gibt's noch irgendetwas besonderes Thank you for coming all this way Stronger, more powerful, and controllable. Together, we just need to unleash our ultimate weapon. Come, let me show you my creation. Isn't he beautiful? Simple, but elegant. A treasure. Powerful beyond anyone. The ink demon will fall. And we can have peace at last. It could work, but it sounds risky. Er will alle hier lassen. Bestimmt. Will seine eigene Welt haben. We don't. All the factors must be perfect. The right design, the right science and the right soul. Und da sind wir rein, ja? Audrey, this is why you're here, with your soul inside him. My creation will live forever. Stay away from me. You're insane. Come now, Audrey. Part of you knew this was your path. Leave yourself behind and ascend. I thought you said we needed to save your father. I thought you had a plan to send me home, to make everything right. I lied. My father is beyond hope. Perhaps you knew him. Nathan Arch, owner of Archgate, industrial genius, business tycoon. For years I've lived in his reaching shadow. He always had time for the grand creatives of the world, the doers, as he called them. He knew only the best, the biggest thinkers. How could his lonely son ever hope to compete with that? But now, thanks to you, I can. No need to struggle. My signal prevents you from using those devilish powers of yours. And more importantly, keeps the ink demon from getting in. It's time to die, Audrey. And live again as a god. No, not this time. Oh. Okay. Wir haben Wilson getötet. Wilson ist tot. Subject accepted. Okay. Akzeptiert. Was kommt jetzt dabei raus? Oh, wie gibt's alliges? Das sieht sehr nach, äh, Bosskampf-Arena aus hier, oder? Ja. Mhm, das gut. Oh nein, wir können jetzt nicht porten. Wow. Ow. Oh. 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 Ich bin troopard. Wow. This is not a good way. Sure. Oh. There. So this is not a good way. Oh. 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 Okay, wir müssen sie aufladen. Da. Wir müssen auch mal auf seinen Anker aufpassen. Okay, die sind nicht die Stärksten hier, das ist gut. Warum geht's nicht auf? Warum geht's nicht auf? Den anderen hier haben wir doch auch so aufbekommen, haben wir auch gegenschlagen. Okay. 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 Was wirft er da? Ich muss glaube ich warten, bis er seinen Anker wirft, ne? Und weg geht hier. Okay, oder auch nicht. Ja, das check ich nicht. Irgendwas funktioniert hier nicht richtig, glaube ich. Das ist eigentlich relativ easy. Ich denke, ich lasse mich einmal abmitteln von ihm hier. Irgendwas ist nicht ganz richtig. Warte mal, komme ich hier die ganze Zeit hoch? Leider, oder was? So, gucken wir doch mal. Der ist offen. Guck mal, wieso ist der andere jetzt offen hier hinten, ne? Jetzt ist es nur noch der letzte. Der hat ja irgendwie nicht aufzugehen, scheiß. Ach, warte mal. Ich glaube nur, er kann die öffnen. Ich muss die Würfe hier hinlocken. Das ist wahrscheinlich mit dem Anker dann, ne? Ja. Alles klar. Habe ich wohl gar nicht mitgekriegt. Okay, Dicke. Was machst du? Was macht der? Ich muss ihn irgendwo reinschlagen lassen. Da geht's nicht hin. Oh, hat er sich selber erwischt, oder? Okay. Trinkt nichts. Ich muss an seinen Kopf da unten gehen. Hm. Schon eklig, irgendwie der Typ. Okay. Komm schon, hol deinen Anker raus. Und? Yes. Nein. Komm in die Fräse. Okay. Der Ink Demon hilft uns. Ist das jetzt das Ergebnis? Also ist das vielleicht Wilson gewesen? Mutiert sozusagen? Okay. Eine, beide mehr. This time of only. Your road is broken. Join in the dark puddles and give him to your suffering. You have nothing. You are without purpose. Your mere existence was a terrible lie. Your mistake. Have a moment, sir. Like me. But I will make you strong. I will make you meaningful. It's time. We are one. The daughter of truth. The power of a demon. 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 You are king of months. There is always a choice. I know your in there. Deep behind that evil face. Inside somewhere is my little girl. My Audrey, my greatest creation. I'm scared. I don't know what's happening. The past doesn't define you, nor the present. In the end, all those years ago, Joey Drew finally succeeded. He created life. But, Audrey, you're so much more than that. You were his family. His daughter. My daughter. And I love you so very much. Be quiet. The rich is mine. Remember who you are, Audrey. Remember. Your words are wasted. The failure of Joey Drew dies here. I know you're in there. You don't have to be there anymore. It's never too late. Just a pencil and a dream. Isn't enough? You have to have heart. No! The future is sealed. Oh, man. Irgendwie sind die alle nicht die Besten. Außer der eine da. Den wir jetzt umgebracht haben. What do you think you're doing? Die Geschichte von Ellen. I'm starting over. I'm wanting. This is the end. Weiter. Okay, der sieht noch ein bisschen gefährlicher aus. Press left mouse to smash. Open doors. Die da. You're just a pain. What makes you think you can't find me? Arise, my domain. Destroy this character. I'm ready for you. ok der hängt irgendwie nicht so gut genackt mit der maus okay alles klar die steuerung ist sehr bescheiden gerade steuert ihn jetzt mit der maus links und rechts wieder neu Okay. Geht es denn hier weiter? Irgendwas übersehen oder was? Nee, eigentlich nicht, ne? Nee, dann kommen wir nicht zurück. Okay. Hier, nicht, da, nicht. Dann kommen wir wieder raus. Okay. Allison! Audrey, ist das du in da? Komm schon, weiter geht's. Wir werden dich durch. Tom, mach uns ein Problem. Oofy. Audrey, run! Bobby! Woop! Thrasht'em! Thrasht'em! I got this. Just keep fighting. The Ink Demon Rises! Surrender yourself to the Lord of the Dark Tuddles! It's time to believe! It's open! I'm ready for you, monster! I'm ready for you! Wir können das machen! Keep fighting! Keep going! Alles klar! Gut, Glückwunsch, Augie! Die! Sie leben! I'm gonna rip you apart! Dead end! Now what? Need some help? Henry, you came! Some battles are worth fighting for. Even a million times. Come on, I found a projector up ahead. Run for it. This man is not me. And the cycle will continue. Well then, we'll just have to do better next time. Let's go. Let's go. My father once told me that just because we're born of darkness doesn't mean we belong to it. We're always free to choose. And here, at the very beginning, there's a choice to make. My father's cartoon world was now mine, to rule, to watch over, and to protect. I can make the cycle more bearable for my friends inside. But as for me, I'm the first of my kind. Born of ink, but living in flesh. Joey's world is escaping into ours. So, what's next? Who can really say? Okay, it seems to be the next part to give. Klingt zumindest so nice, ne? A little bit of a teaser. A little bit of a teaser. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, Leute, das war's mit Bendy in the Dark Revival. Der zweite Teil. Also der zweite Teil aus dieser Reihe. Und ich muss sagen, mir hat's ganz gut gefallen. Bis auf... Ich hab am Anfang ja gehofft, also mir hat am Anfang die Grafik sehr gut gefallen, aber in der realen Welt noch. Ich bin kein Freund von... Durchgehend dieses... Dieser Comic-Stil, ne? Oder dieser gezeichnete Stil. Ähm, ich hab gehofft, dass man so ein bisschen hin und her switcht zwischen realer Welt und dann wieder diese Comic-Welt. Aber leider hat sich das da so ein bisschen gefangen. Und, ähm... Ja, trotz alledem war's ein ganz gutes Spiel. Man kann... Man kann nicht wirklich meckern. Und ich bedanke mich somit fürs Zuschauen. Solltet ihr neu bei mir sein und euch gefallen haben, was ihr gesehen habt, lasst mir laut der... Trotz der lauten Musik, die jetzt gerade läuft, die ich jetzt leider nicht mehr ändern kann, gerne ein kostenloses Abo da und ein Like für dieses Video. Solltet ihr Lust drauf haben, würde mich sehr freuen. Und... Bis zum nächsten Let's Play. Haut rein, tschüss Jakowski und bis bald, Dinsky. Bis zum nächsten Let's Play.